So, heute guten Tag, meine Damen und Herren, wir kommen hier zurück zu Borderlands, die Nummer 2. Was muss man finden, den Kondensator? Wo ist denn der Kondensator hier, oder? Ja. Okay. Klar. Und wie? Ah, sehr gut. Oh, oh. Hallo? Was zum Teufel, ey? Es ist alles von ihm, das Ding ausspuckt. Wahnsinn, ey, was ist... So, adios. Kleine Frage am Rande, findest du es seltsam, dass ich mitbekomme... Was, was, was? Ich hab echt jetzt grad... ... etwas aufhebst, du? Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachte? Stimmt. Moment, klang das jetzt schräg? Ja. Ich beobachte dich doch nur als Freund auf dem Klo. Alles klar. Stimmt, darüber hab ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Dass du das eigentlich weißt. Woher weißt du das eigentlich? Tja, das sind halt die Fragen, ne? Nimm den Bullimon. Oh, 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 oh. Badass Bullimon, Badass Bullimon. Ja! Jawoll! Okay. So, danke. Da haben wir doch einfach hier... Wow. Double Penetraining, Kent Cannon. Äh, nein. Kenne ich leider nicht. So, jetzt... Jetzt... Wird's aber... Okay, fallen lassen. Hier, die ist viel besser. Auch wenn ich gar keine Pistolen so gerne hernehme. Ich weiß nicht, warum ich die nicht so gerne hernehme, aber... Naja. Wird schon einen Grund haben, ne? Ach, und dieser... Wow! Nicht schlecht, nicht schlecht. Die halten ganz schön viel aus. Okay. So. Dann lasst mich doch jetzt mal hier alles ersetzen. Ja. Eins. Ei. So. Alles klar. Hinter mir sind Feinde. Du kleines Miststück. Und dann hat er keinen... Ei, ei, ei. Hinter mir ist ein Feind. Okay. So. So. Jetzt hat er... Meine Güte. Kleinen Nervensägen. So. Und dann noch da oben. Und dann läuft das wieder hier. Wie geschmiert. Ist das schon wieder ein Gegner? Tiss, 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 tiss. Jawohl. Schalt sie ein und lass die Funken fliegen. Ja, endlich. Keine Mutti mehr. Oh, mit dem letzten Schuss getötet. Das ist natürlich wieder ziemlich seriös. Ja, endlich. Mh. Ah ja, guckt euch das doch an. Lila Skin, ne? Lila Sonne bereits freigeschaltet. Was suche ich denn damit? Du hast eine... Was? Eine scheiterbare Mission? Na, Schatz, haben wir in den letzten Kurier Dino zum Krippe gemacht. Du kriegst Geld, wenn du diese Pakete rechtzeitig zustellst. Warte mal. Schnapp dir die Pakete, sobald du bereit bist, sie auszuliefern. Okay. Gut. So, jetzt verkaufe ich erstmal hier. Äh, welche von den Waffen ist eigentlich besser? Ich würde mal sagen... Hier, die... Also können wir hier die verkaufen. Flints Tinderbox. Okay, können wir behalten. Die... Erfolgendes Level. Sind wir noch nicht mal die neun, oder was? Was von denen ist besser? Okay, das können wir verkaufen, ne? Die React SMG. Gut, die ist auch ein Witz im Gegensatz. Das ist ein Muckermuck. Naja. Lila Sonne bereits freigeschaltet, also können wir das auch verkaufen, ne? Granatenmods, Schilde. Gut, die Schilde können wir eigentlich alle verhökern. Äh... Oh, oh, oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab jetzt einen zu guten Schild aufgeräum, oder? Natürlich. So haben wir es natürlich gerne. Ja. Angebot des Tages. Uh. Naja, ne. Okay. Eine scheiterbare Mission. Ja, das müssen wir jetzt mal probieren, oder? Also ich finde, dass wir das jetzt schon mal probieren müssen. Weil es hört sich eigentlich echt interessant an. Weder... Beeil dich lieber und liefere sie ab. Okay. Pakete abliefern. So, dann machen wir das mal. Eins... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, 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 neun. Okay. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Wo, 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 wo? Wo muss ich überhaupt abgeben? Oh mein Gott. Oh nein, nein. Oh, das war ganz schlecht. Oh, das war ganz schlecht. Oh, das war ganz schlecht. Kann man da einfallen? Ja. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Verdammte Kacke. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ah, 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 ah. Hier auch nix? Okay. Gut. Oh nein, 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 nein. Mein Gott. Ihr seid doch alle so scheiße. So, danke. Okay, okay, okay. So. Eins. Dann oben. Oh mein Gott. So. Ja, 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 ich komm schon. Woher denn? Willst du mich? Ich hab den doch getötet. Ich hab den getötet. Ich bin mir so sicher, dass ich den Sack getötet hab. Oh nein, oh nein. Ja, gut. Oh, ich kann gehen. Oh Gott. Ich konnte gehen. Mir kommt es manchmal so vor, als ob ich irgendwie echt so ein Scheiß-Schutzschild und alles habe. Ich werd so leicht hier abgezwickt. Ohne Ende. Die Mission ist gescheitert. Boah, leck mich doch, oder? Ei, 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 ei. Klappe, du Sack. Ja, ja, ja. Mein Gott. Oh nein. Oh, ich hab nicht mein Auto. Oh, ich hab mir nicht mein Auto geholt. Oh, scheiße. Zum Fats. Uh, das ist natürlich sehr schick. Das ist natürlich mal ein Deal, hey. So. Okay. Also. Danke. Ah, meine Güte. So, eins. Ah, ich glaub, so ist es viel einfacher, so wär es viel einfacher gewesen, wenn wir das gleich so gemacht hätten. Aber da hochkomme ich nur so nicht. Okay. Ja, wer braucht schon Schilde? Richtig. Das frag ich mich auch manchmal. So, also. Ich nehm jetzt beide mit mir jetzt wurscht. Jetzt relativ wurschti. So. Oh, ich hab noch eine Minute. Das ist... Gut. Ich lieg gut in der Zeit. Ich lieg gut in der Zeit. Nee, ich lieg gut in der Zeit. Lieg sehr gut in der Zeit. Ich weiß eigentlich wirklich nicht, wie gut ich in der Zeit lieg. Da wär auch dieses witzige Klo gewesen, ne? Aber. So. Ah, ha, 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 ha. Okay, 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 okay. So. Gut, dass ich Moses bin und auf dem Wasser gehen kann. Sonst wär's jetzt schlecht. Nicht so wie bei GT3, wo ich dann sterben würde. Ah! Was? Dino hat sich so weit erholt und ist wieder einsatzfähig. Ah! Ich habe mich nicht erholt. Sie haben mir nur die Springstecke und die Beine geklebt. Er ist fett wie ein Turnschirm. Du kriegst eine Kündigung mit der Post. Ah, sehr gut, danke. Am, nom, 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 nom. So, was ist hier denn? Okay, Mist. Ah, Gott, es will nicht. Das, das, Hass. So, jetzt nervt mich nicht. Nervt mich alle nicht. So, ich will jetzt meinen, äh, meinen, meinen verdienten Gewinn abholen. Und danach geh ich sowieso in Ruhestand, weil ich hab unmenschliche, äh, unmenschliche Löhne. Und, ja, sowieso keine Ahnung, äh, fröhlich mit mir. Ha! Ei! Ich krieg eine Granatenmotte. Oder, äh, ja, dann würde ich mal das da sagen. Weil das mehr wert ist. Erwerben. So, verkaufen. Was verkaufen werden? Also, ich hab jetzt irgendwas gefunden. Ich glaub, äh, das da, genau. Und noch irgendwas. Ah, ja, hier das, genau. Aber es ist halt, im Vergleich zu dem, ne? Hm. Es hat halt Feuer-Schaden. Aber, an sich, äh, und hier das? Achso, Moment mal, das verwende ich ja gar nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oder? Das verwende ich ja gar nicht. Das verwende ich. Oh, mein. Achso. Hä? Warum verwende ich das nicht? Nö. Naja, aber im direkten Vergleich. Äh, nein. Nein. Hä? Echt jetzt? Verdammt. Ja, dann nimm ich doch das Muckamuck her. So. Dankeschön. Wo ist denn jetzt das Muckamuck? So. Den Banditen, dieses Banditen-Kack kann ich eigentlich auswechseln, oder? Im Vergleich dazu. Aussehen, vergleichen. Boah. Ist das eigentlich? Achso. Oh, oh, oh. Ich hab ja noch. Ach, das auch noch. Ach, ich muss ja noch hier ein paar Banditen töten. Ach. Ja, gut. Bis dann ist es dann halt noch meine Waffe. So. Und was jetzt? Ach, fertig. Ah. Natürlich. Sicher. Fertig. So, kann man... Ah, sehr gut. Kann man hier porten, ne? Ja, man kann hier porten. Sehr schön. So stelle ich mir das doch richtig schön vor. So, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Ja, genau. Da müssen wir hin. Jetzt müssen wir da hin. Mal wieder. Ein Wagenrad als... Was weiß ich, was das war. Im Magazin war es garantiert nicht. Aber es sah aus wie ein... Oh, ich hab hier einen neuen. Oh, sehr cool. Ja, dann machen wir wohl hier das, oder? Das ist natürlich... Boah. Wir machen mein Ding zu so einem richtigen Top-Gerät. Dann, äh... Ja. Haben wir jetzt nicht so... So, so... Die Namensspielchen. Ah. Ja, wir machen jetzt hier das. Jagd auf den Firehawk. Der Firehawk. Was ist da? Was ist da? Hey, 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 hey. Nein, 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 nein. Saving Lee. Stirb. Warum ist der so unglaublich resistent? Resistent, der fuck Mist. Ich brauch Muni. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ach, der hätte nur sein. So, hier. Habt Spaß mit dem da. Was zum... Oh, wow. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hör auf. Hör auf, ich will zu schießen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Yay. Okay. Ach, hier. Der steckende Kaktus oder was? Verstehe ich nicht. Der verstehe ich jetzt nicht. Oh nein, 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 nein. La, 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 la. Hallo. Au. Ich glaube, er mag mich nicht. Wieder von außen, dass er mich nicht mag. Ha, spawnen, spawnen. Ja, und tschüss. Und tschüss, und tschüss. Oh mein Gott. Sowas von tschüss. Ha, hä? Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ach. Muss umdrehen. So, jetzt. Ah, ja, tschüss. Ne, lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach allen in Ruhe. Lass mich in Ruhe. All in Ruhe. So. Huh. Huh. Mein Gott. Was ist hier? Was ist hier schon wieder? Ach, hier sind Baddieb, ne? Und ich habe keine Munition. Ah, sehr gut. Sehr gut. So stelle ich mir das natürlich vor. Aber hier hoch kann ich gehen, oder? Ja. Ah, seht ihr? So ist doch recht. Hier gibt es, gibt es hier Munition? Munition? Irgendwer Munition? Irgendwer? Nicht? Moment mal. Doch, doch. Hier musste ich rein. Aha. Hier musste ich also rein. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt nämlich hier reingehen. Aber, ja. Ich habe keine Muni halt, ne? Das darf man immer noch nicht vergessen. Oh, oh. So. Tschüss. Ja, nach Land. Nach Land. Oh, oh. Oh, shit. Ich renne. So. Ja. Find ich auch. Find ich auch. Also habe ich es jetzt offiziell geschafft. Habe ich es jetzt offiziell geschafft. Sehr schön. Dann kann ich jetzt endlich mal diese Waffe auswechseln. Ich meine, sie ist zwar okay, aber, ja. Aber ist halt sehr munitionslastig. Ist halt sehr munitionslastig. Und deswegen ist das nicht meine erste Wahl. Hallo. Stirb, verdammt. So, danke. Wow. 15 Dollar. Wow. Huh. Da kann ich mir ja ganz schön viel was kaufen davon, ne? Davon geht doch schon mal was. So. So, so. Frostburn Canyon. Hm. Okay. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Okay. Sei auf der Hut. Oh, oh. Was? Warum wird der so gefürchtet? Scheint das... Cool. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk schüren. Oder du schürst einfach den Schreit. Das ist krass. Das ist... Übel. Sticky, aber ich brauche keine Sticky Granate. So. Äh. Scharschützen? Naja, ist ja alles voll. Lass es nicht zu sehr krachen. Nö, nö. Halt dich raus, Kammerjäger. Oh, Flanksteak. Hört sich cool an. So weit die Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufennen. Okay, man muss... Das war ein bisschen überdeutlich. Ja, aber... Das enttrifft mich halt einfach nicht, ne? Nö? Das enttrifft mich halt einfach nicht. Aber... Bevor wir jetzt hier runtergehen und weitermachen... Beziehungsweise... Ja. Machen wir wieder ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich halte dich fein und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Borderlands 2 mit mir dabei seid. Mein Name ist Jörg und ich sage euch heute auf Wiedersehen. Tschüssi!